geh weg, geh raus da, aus meiner Ange. Hä? Hier taucht kein guter aus. Doch, da, vor dir. Hast du sogar Plastik? Ja, echt? Ich schmeiß jetzt mal die Maske weg, weil die verrät nicht bloß. Vielen Dank, aber großgeil aussieht, ne? So, ich hab jetzt noch... 9... So, wie hast du noch mal gemacht, wie lese ich... Ah, so. Nice. Ja, das ist in Englisch. Wer ist denn das? Achso, unser Kumpel. Kann ich mit dem Buch... Kann ich mit dem Buch auch schlagen? Oh, scheiße! Sorry, sorry, sorry! Oh, Leekono? Ja, gut! Ich dachte, ich hab noch das Buch in der Hand. Ich hatte doch gerade das Buch. Achja, Schwede. Das war Millimeter, mein Freund. Millimeter waren das gerade. Das ist Pizze wieder auch schon mal passiert. Boah, deswegen hab ich zu Teenie gesagt, die sollen nicht die Waffe in der Hand nehmen. Ich glaub, hier haben jemand angelaubt, hier sind wir nicht angelaubt. Ach, hier ist doch keiner. Voller selber, ja. Hatte ich auch gerade. Komm, wir gehen hier hinten lang. Nicht übers Ehrfeld, bitte. Oh, ich muss aufs Ehrfeld. Ja, dann geh aufs Ehrfeld. Ich geb hier von Umdeckung. Okay. Und testen wir im Benzin. Okay.